Hallo. Ich führe dich jetzt zurück, zu der Quelle deiner Angst. Für dich zu Staub, dem Lichtgeherr. Doch noch nicht jetzt. Willkommen in der Stadt der Sünde. So läuft das in dieser Stadt. Es ist wohl nur ein Traum. Ich bin aber noch nicht. Ich bin aber nicht. Ich bin aber nicht. Ich weiß es genau. Zu Aschen, zu Staub. Babylon Berlin. Ab 13. Oktober. Nur auf Sky. Bis zum nächsten Mal.